Und herzlich willkommen bei den Challenger XD auf der Adventure mit... Aua! Auf der Witcher mit Aua! Du musst glaub ich mal dein Teil wiederholen, Pille! Auf! Ur-Roth of the Fall! Mit! Bare Lippe und... Nico und... Euerm Snowball! Heute auch dabei! Das war mein Wizzerkopf, ihr seid doof! Au! Was soll dafür draufstehen? Oder wie? Außerdem heute noch dabei! Nova? Hilfe! Yeah! Wir sollen den Altar benutzen! Alter! Benutzer einmal diesen Taduk... Knopf 4! Da passiert nichts! Geht ja nicht! Oder sollen wir den nach hinten drücken? So ein bisschen Cover! Ah! Wow! Klatsch! Den sollen wir drücken! Will not do it! Will not do it! Oh! Ich geh mal ganz schnell rein! Einfach schnurrgras grad auf! Ich hab Angst! Alter! Der ist irgendwie ein bisschen stark! Ach was! Ich weiß auch was ich will den Turm! Warte! Eine schwarze Rüstung! Das ist ne... Quantum... Ne... Nanoshoot Rüstung! Oh! Oh! Da unten sind ganz viele! Ey! Kennt ihr den Film, äh... The Village? Oh was denn? Ne! Das ist ne... Oh ich schütze denn die Schlag für 10 Meter! Das sind ne... Stopp das ist ne... Problem! Ja... Äh... Au! Au! Oh ich hab' die Mühle gefunden! Au! Entschuldigung... Au! Oh oh! Nico! Oh ich hab' die Mühle gefunden! Entschuldigung! So wie im End, dann müssen wir diese Dinger verschießen. Ich glaube, das ist sogar der End oder so. Er, die, das End. Und das, äh, äh, war einfach nur Fail. Der End hätte in anderen Sinne. Und. Oh, oh. Jawohl, ich rette dich. Ja, wir müssen ja nur runterschubsen. Ja, wir müssen ja nur runterschubsen. Da kommt der zweite. Ich hab' ihn erledigt. Hier, äh, da kommt der zweite. Ich, äh, ich hab' ihn erledigt. Nimm den Bogen schützen. Ich, äh, versuch den Typen hier zu treffen. Ich schies da einfach mal drauf, okay? Er macht. Woher Seite denn? Äh, Pille und ich sind rechts. Ich bin tot. Ich hab' grad, äh, wir müssen, wir müssen die Türme ausschießen. Das sind die von Emda, also die Aufladeteile. Bäm. Sollte ich gerade machen. Einfach so vom Sporn, was man gesehen hat. Hände hoch. Also irgendwie habe ich es auf der Garte mit dem Treffen. Zwei Meter in die Luft geflogen. Tot. Achso, unten. Keine Angst, ich habe unten schon im Tunnel aufgeräumt. Was aufgeräumt? Ich habe einen Tunnel schon erledigt. Oh, oh. Oha. Yeah, ich habe den Tunnel aufgeräumt. Wow. Wow. Jetzt müssen wir so den anderen. Jetzt müssen wir, glaube ich, den anderen. Noch nicht, noch nicht. Ach, erst wenn er sagt, okay. Genau, erst wenn es läuft. Okay, dann kann man uns. Kann man mir jetzt, aber. Aua. Aua. Mensch. Immer diese Viecher. Mit den komischen Gätzen. Aua. Aua. Marius, du müsstest eigentlich einen Kopf von denen haben schon. Ja? Ja. den hast du mir ja vor der Nase weggenommen. Äh, nein, ich habe keinen Kopf. Ups. Ah, die sind jetzt da. Au. Wow! Oh mein Gott! Soll! Mein Kopf ist! Alle rass! Ähh... Fascher ist Elrond... Oh ja, ich weiß, 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 ich weiß. Ich glaube, ich sterbe. Das hat es jetzt gemacht in der Wien. Interessant. 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 Ich wollte hier, da war ich ein Moment. Ich muss die Hörer vorziehen. Die Hörer durch so... Ich glaube, dass ich das hier so... Wann da hoch? Alles stimmt. So, das letzte, das müsste da jetzt... Ich hab drei Stück schon verschossen. Wenn ihr mir hier so ein bisschen mehr hinterfragen... ... dann rennt... Leute? Hier was ein bisschen... ... brennt hier irgendwie alles. Das hat er bis jetzt... ... und wenn wir hier die Figment-Sperlen abkauen... ... dann können wir auch mal nehmt... Ja, das war's schon mal. Ja, das war's schon mal. Die! Danke! 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 Ich hab schon! Hallo! Danke! Hast du ein Steiler? Danke! Nein, ich habe noch einen Spur. Dann müssen wir noch einen den Spiel hinterher kommen. Okay, dann müssen wir den Spiel hinterher kommen. Meinen? Danke! Meinen Sie sollte sich das sehr einfach mal vertreten? Danke! Danke! Niemand. Schieße. Wow. Zweimal eine schwere Aufgabe. So, ich verkriech mich jetzt in die Ecke, aber ich verrecke. Ja, aber wenn du in die Ecke kriegst, dann passiert dir nichts. The dream world is open. Use the altar. Ja. Dream. Dream. Nicht neid mehr. Oh. Nochmal. Oder Miser. Oh. Was? Ach, du dicker Zweier. Erschieße. Oh. Was? Oh. Was? Das war's. Das war's. Aua! Das war's. Das war's. ganz klar, ich hab den geschluckt jetzt müssen wir aber noch alle Zeile abschalten steht ja einfach so ein Zombie hinter mir und wartet bis ich mich umdrehe so was müssen wir jetzt machen? wieder alle Lichter ausschießen hier sind keine ich hab schon zwei abgeschossen wir müssten alle runter und unter unterm Berg ist noch einer sprich alle jetzt runterspringen und ab und berg hier wo Wasserfall ist kann man rein ach hier ist noch einer ach man sorry sorry nur Wolke ich will nicht in den Nightmare nochmal ich werd auch nicht mehr in den Lump gemacht ich nicht, das war wahrscheinlich wieder mal das Snowball du-dü-dü-m du-dü-m du-dü-m we'll not away du bist so Pilo, wo bist du bare Lumpen? bin hier da das 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 ha das 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 Wenn wir schnaufen, schießen wir einfach nur die Pfeiler ab. Voll dabei. Hä? Wo ist es? Wo? Wann her? All crystals are destroyed. Äh, lol, wie machen die das denn hier mit den... Hä? Wie die das machen? Wir werden einfach nur... Oh, da fällt was runter. Fuck. Fuck, wow. Da ist es. Bitte was? What? Auf die Beine. Auf ihn. Er hat was gedacht, dass ich auf die Beine schießen soll. Haha, so auf die Beine, ich hab auch mal auf den Kopf geschossen. Nicht zwischen die Beine, an die Beine. Woa! Woa! Leute, jetzt spawnen... ...Skelette mit Ender Chest auf den Köpfen. Woa! Wir haben den übelsten Rückschlag. Und... ...die übelste Power entgegen. Die wird Dispenser auf den Kopf sind süß. Also entweder treffe ich den Typen, den großen Typen oder den Dispensern. Oder die Dispenser-Bachpfeifen hier. Holy shit. Alter, wenn der dich erwischt, ne? Du bist... ...rot. Oha! Hast du gemerkt, ja? Ihr könnt ihn auch schlagen, ihr macht euch keinen Schein, oder so. Doch! Wenn der dich tritt, dann fliegst du erstmal durch den ganzen Raum. Merkst du? Das war das der... Oh! Das ist der Gigant! Nein. Das ist die Skelette dahinter. Nein. Das ist der Giant. Was heißt denn Giant, Nico? Nein, Riese. Immer weiter vorrücken. Keine falsche Scheu. Der Fall ist groß, aber wir sind mehr. Naja, zweimal, nachdem die Skeletten weg sind, ja. Oh, von denen ist es? Wahrscheinlich Sportler gleich nur. Juhu! Ich war auch Rüstung. Dann lege ich immer wieder rüber. Also ich habe ganz viel Rüstung gerade gedroppt bekommen von dem Viech. Ich kann nicht hier. Achso, ich lasse euch nicht stören. Ich helfe doch schon so was. Wir haben das. Wir haben das. Und ich werde mich da hinstellen. What have you done? Haha, wir haben ganz viel Krieg. Thank you Playing World Fall. You follow HyperX and you should be... Ruby Continued. Uuuuuh. Uuuuuh. Ja, guck mal, was ich aufhabe. WAH! Ich bin runtergefallen. Quest 9. Guck mal, was ich aufhabe. Versatzkelettkopf. Ich bin runtergefallen. Und ein paar Seile. Ich bin runtergefallen. Ja. Also das war's mit der ersten vorgestellten Adventure Map. Downloadlink in der Beschreibung. Hier unten irgendwo. Hier unten. Also da unten. Ja, da unten. Das ist überhaupt perfekt. Wir machen sogar gerade mal 5 Minuten früher Schluss. Ja, die nächste Map wird dann am Wochenende. So immer am Wochenende, Samstag, Samstag folgen. Wir sehen uns dann. Tschüss. Adele. Tschüss. 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 Vielen Dank.